Tag zusammen. Heute zeige ich euch das Kaimana. Kaimana ist hawaiianisch und bedeutet Kraft des Meeres. Das Brett heißt aus diesem Kunst so, weil die Unterseite ist bedruckt mit einem Kunstwerk von der Sonny Hönscheid. Sonny Hönscheid, der ihr sie noch nicht kennt, sie war zwölfmal deutsche Meisterin im Wellenreiten und zweimal Weltmeisterin im Stand Up Paddeln sowie Surf of the Year 2008. Auf der Oberseite haben wir es quasi ganz blank gelassen, das Brett. Auch hier ein bisschen surf-inspiriert, diese Pinline außenrum. Hier oben haben wir nochmal einen Unterstift für Sonny. Das Besondere an dem Brett ist, dass wir nicht einfach Rollen aus dem Regal genommen haben, sondern die Rollen extra nochmal für diese Sonderedition haben gedrucken lassen. Hier ist nochmal das Design aufgegriffen. Hier sieht man diese Sonne. Unterschrift von der Sonny ist auch nochmal drauf und ansonsten die ganz normalen Datenangaben der Rollen. Was jetzt hier bei dem Modell besonders ist, die schwarzen Achsen sowie die grünen Rollen. Denn das Vormodell von diesem Modell wurde ausgeliefert mit silbernen Achsen und schwarzen Rollen. Aber aufgrund der vielen Kundenanfragen haben wir das jetzt geändert, so dass dieses Brett jetzt endlich mit schwarzen Achsen und grünen Rollen erhältlich ist. Wer was auf sich und aufs Surfen hält, der sollte auf jeden Fall bei diesem Wort zugreifen.